für Lohnerhöhungen demonstriert. Auf dem Marktartsteg haben mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heimischen Geldinstituten mit Transparenten, Plakaten und Trillerpfeifen ihrer Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck verliehen. Die Gewerkschaft der Privatangestellten verlangt eine Gehaltserhöhung, die über der Inflationsrate liegt. Das Angebot der Banken liegt unter zwei Prozent. Streiks werden nicht ausgeschlossen. Kommenden Montag wird neuerlich verhandelt.